So, mein kleines Düppelchen. Nächste Jam-Jam-Runde. Hast du auch wieder ein Kaki geschenkt? Das sieht gut aus. Okay, dann können wir ja nachfüllen, ne? Ich komm dich gleich mal holen, mein Süß. So, meine kleine Mickey-Maus. Ja, magst du schon mal wieder selber aufmachen? Ja, gute Idee. Komm, schaffst du vielleicht. Ja, cool. Komm, nochmal gucken. Jawohl. Super. Und runterschlucken. Ganz große Klasse. Na, das ist doch ein schönes Geschenk heute noch. So, noch eins. Ja, ja, ja. Sehr gut. Und runter damit. Prima. So, kommt wieder noch ein bisschen kleine Pampe. Guck mal her, da muss ich dir wieder ein bisschen helfen. Achtung, einmal zur Seite. So. Okay. Und nach auf. Jawohl. Prima. So, Stühle halten. Na, warte, geht nicht los. Super. Super. Na, das war doch toll. Klasse, mein Schätzchen. Super. Jawohl. So, jetzt gucke ich mir gleich noch dein super tolles Kaki da drin an. Und dann kannst du schon wieder weiterdösen. Schön stark werden, ne? So, Püling. Willst du noch ein bisschen Sport machen? Nee, musst du nicht ein bisschen Sport machen. Aber vielleicht möchtest du noch einen Womi. Warte, ich hole noch einen. Dum, dum, dum. Guck mal, da ist einer, der ist nicht so groß. Geht gleich los. So. Magst du den noch? Ja, komm. Warte, nochmal nass machen. Achtung. Der passt bestimmt noch. Jawohl, jawohl, jawohl. Ein bisschen weiter müsstest du noch aufmachen. Sonst passt der da nicht rein. Ja, komm, schaffst du. Ja, 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 ja. Ah, jetzt war ich zu langsam. Jetzt warst du schneller als ich. Ja, super. Prima. Sehr gut. Und runterschlucken. Gut, machst du das. Ich sehe ihn durchrutschen. Ja, klasse. So, dann hole ich jetzt mal noch dein kleines Kaki da raus, oder? So. Ja, tolles Kaki. Hm, prima. Ja, mein Schatz. Wieder eine Runde geschafft. Schön verdauen. Schön groß und stark werden, ne? Gut. 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 Vielen Dank.